Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte Ihnen heute kurz unseren neuen Newsletter, jetzt schon den sechsten, vorstellen mit einigen, denke ich, ganz interessanten Themen. Ja, in der ersten kleinen Sammlung von Studien geht es um Covid-19, wie kann es anders sein? Am Anfang hat man ja sehr befürchtet, dass es den Menschen sehr schlecht gehen wird, vor allen Dingen dann, wenn sie Demenz haben. Das hat sich aber anders dargestellt, also wenn sie in eigener Häuslichkeit leben, dann geht es ihnen eigentlich nicht besser und nicht schlechter als allen anderen auch. Anders sieht das für Angehörige aus. Die haben schon durch den Ausfall der vielen Hilfen, insbesondere von Tagespflegen und niedrigschwelligen Angeboten, eine erhebliche Mehrbelastung zu tragen. Ja, Demenz ist halt immer ein familiares Schicksal. Und so zwei Studien beschreiben das so ein bisschen. In der einen, da wird so deutlich, dass viele Menschen mit Demenz in ihrer eigenen Familie so eine Opferrolle einnehmen. Ja, und diese Opferrolle, die bedingt, dass sie sich daran gewöhnen, immer mehr Dinge hinzunehmen und sich gefallen zu lassen. Und in der Studie wird auch deutlich, wie wenig es innerhalb der Familie gelingt, also offen über die Demenz und die Situation und die Versorgung zu sprechen. Und das nennen die hier ein dementes Theater. Ja, also jeder spielt seine Rolle und keiner öffnet sich dem anderen. Eine andere Studie, die unterstreicht nochmal, dass gerade bei Menschen, die eher in jüngeren Jahren von Demenz betroffen sind, es sowas wie einen integrierenden Dienst geben müsste, um Behördenzuständigkeiten zu koordinieren und zu integrieren. Also zum Beispiel, wenn da noch ein Kind ist in einer Familie, ja, da muss ja auch die Schule darüber informiert werden, das Jugendamt muss darüber informiert werden. Und viele dieser Institutionen sind in Bezug auf Demenz nicht besonders gut aufgestellt oder wissen nicht wirklich, worum es sich da handelt. Ja, besonders Kinder sind die stillen Leidtragenden. Es wird ja immer die eigene Häuslichkeit als die bevorzugte Lebensform so dargestellt. Aber es leben immer mehr Menschen auch mit ihrer Demenz alleine, nicht? Und dann wird das Selbstmanagement sehr schwierig. Das heißt also, den Alltag zu organisieren wird immer schwieriger, sich aufzuraffen und Dinge zu organisieren und Absprachen einzuhalten. Und das alles noch zusammenzuhalten, wird dann für einen allein lebenden Menschen mit Demenz zum größten Stressor. Ja, Sie kennen das ja, Menschen mit Demenz, die wollen immer gerne nach Hause. Und das Zuhause, das ist so eine Art Seelenthema, um das ganz viele Emotionen kreisen. Und dieses Zuhause, das ist so ein Zwischenort, wo man nicht mal so genau weiß, was das eigentlich ist. Und das kommt und geht. Also manchmal fühlen sich die Menschen mehr oder weniger zu Hause. Und am ehesten gelingt das, wenn sie aktiv mit anderen Mitarbeitern zusammen etwas tun. Also das gleichzeitig gemeinsame Tätigsein ist eine Möglichkeit, zu Hause zu schaffen. Das wird dann noch in einer weiteren Studie beschrieben, also die Aufrechterhaltung eines Flusses fortlaufender alltäglicher Aktivitäten. Also ein müheloses, kontinuierliches, anstrengungsloses Zusammensein im Alltag. Das ist oft ein Therapeutikum, das Pflege leisten kann und das Menschen mit Demenz und wahrscheinlich nicht nur denen sehr gut tut. Das gelingt oft deswegen nicht, weil man zu wenig Zeit hat, die Pflege zu personalisieren, sondern man es eher mit funktionalen Aufgaben beschasst. Warum ist das so? Nun, klar, das ist die Ökonomisierung. Darüber dann die Studie Nummer 7. Ja, da wird beschrieben, wie im Rahmen einer supervisorischen Begleitung in Schweden den Mitarbeitern immer deutlicher wird, dass sie so, sagen wir mal, die Dinge, die eigentlich für sie am wichtigsten sind, immer mehr an den pflegerischen Unterbau, so nennen die das, delegieren. Und das Kommunikative nebenbei, das wird immer mehr wegrationalisiert. Es kommt also zum Verlust oder, ja, zum Verlust des Humanen, so nennen die das. In dem Zusammenhang finden Sie in dem Editorial auch noch so eine kleine Stellungnahme zu dem, ja, angebotenen Personalbemessungsinstrument. Da geht es ja immer noch darum, dass man glaubt, Tätigkeiten in der Pflege so in Einzelteile zergliedern, aufspalten zu können und diese Teile dann auch mit bestimmten Qualifizierungserfordernissen zu versehen, um das Ganze dann wieder zusammenzusetzen, um daraus dann letztlich so etwas wie eine Personalbemessung zu entwickeln. Und die Anmerkungen im ersten Teil des Editorials beziehen sich relativ kritisch auf diesen Versuch. Gut, eine weitere Studie, so aus den Niederlanden, die untersucht, so wie unterschiedliche Dienste dem Verhalten von Menschen mit Demenz einen Sinn abzugewinnen versuchen. Und es sind vor allen Dingen wohl Pflegende und Angehörige, die das tun, Ärzte tun das nicht. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Art, wie man mit diesen Menschen umgeht. Je mehr man versucht, ihrem Verhalten einen Sinn zu unterstellen, desto eher kann man auch beruhigend auf sie einwirken. Zwang und subtile Nötigungen gibt es auch unterhalb von freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und Pflegende unterschätzen in der Regel, wie sehr ihr Verhalten dann doch von psychisch kranken Menschen interpretiert wird. Und je besser der Beziehungskontext, desto eher können solche subtile Zwänge eigentlich integriert, verstanden werden und werden auch nicht als bedrohlich erlebt. Leider fehlt es oft dann genau an dieser Beziehungsarbeit. Ja, in Nummer 10 wird eine neue Gruppe von Heimbewohnern beschrieben, die schon seit längerer Zeit auf die Einrichtung zukommt. Also Menschen, die eher jünger sind, keine Demenz haben, männlich sind, schwere Formen herausfordernden Verhaltens an den Tag legen und vor allen Dingen sehr hyperaktiv und irritierbar sind. Und da kommt es zu vielen Konflikten mit Bewohnern und Mitarbeitern, eine schwierige neue Gruppe, da gibt es noch relativ wenig Konzepte, wie man die in den normalen Heimalltag integrieren kann. Für eine, also das Unterscheidungsmerkmal herausforderndes Verhalten wäre hier nicht ausschlaggebend. Also nicht alle Menschen mit herausfordernden Verhalten können in einer Gruppe leben. Und Menschen mit Demenz mit herausfordernden Verhalten sind sehr anders als diese Gruppe. Okay. Ja, daran schließt sich dann eine weitere Studie an, nämlich eine, die dann untersucht oder feststellt, dass die Versorgungsbedarfe psychisch kranker alter Menschen, die keine Demenz haben, relativ wenig untersucht sind. Auch Aufsichtsbehörden legen darauf wenig Wert und viele Maßnahmen kreisen eher um das Somatische und das Psychische erfordert sehr viel Zeit und das wird in der Regel einmal zu wenig abgebildet und auch zu wenig berücksichtigt. Ja, Mitarbeiter versuchen dann schon einiges in Beziehungsaufbau und Tagesstrukturierung zu investieren, aber viel zu wenig. In den Niederlanden setzt man inzwischen ältere Freiwillige als Peersupport ein. Nun ja, wenn es hilft. Über den Hörverlust haben wir schon ein paar Mal berichtet. Auch hier wird wieder deutlich, also der Hörverlust betrifft quasi nicht nur die auditive Ebene, sondern komplexe Handlungs- und Verstehensebene, insbesondere die Exekutivfunktionen. Also Dinge zu planen, durchzuführen, zu beenden, zu kontrollieren, abzuschließen, was Neues zu beginnen. Ja, diese Dinge, die sowohl im Verstehen wie auch im Handeln, die sind sehr stark betroffen, wenn Menschen einen Hörverlust erleiden. Und eine Hörhilfe ist zwar gut, reicht aber nicht. Die Menschen brauchen etwas längere Begleitung, damit sie mit den Hörhilfen auch gut klarkommen. Drei kleinere Studien sozusagen als Beements, ja, runden das Ganze ab. Eine kleine zu Gärten, also Gärtenladen zum entspannten, sinnhaften und anstrengungslosen Verweilen ein. Da gibt es ein paar Infos zu. Dann Möglichkeiten der Kunst, nicht als Kunsttherapie, sondern künstlerische Möglichkeiten, um im Grunde genommen den Beziehungsaufbau in der Pflege zu unterstützen. Schauen Sie mal rein. Gut, und die letzte, die widmet sich dem Umstand, dass am Ende der Demenz, also in sehr späten Phasen, es vermehrt zu Spastiken und Kontrakturen kommen, die willentlich nicht mehr gelöst werden können. Und es werden Formen der Lagerungen, der Wahrnehmungsunterstützung und der Umgangsweisen beschrieben, die in so einer Situation hilfreich sein können. Gut, ich hoffe, Sie finden in dem Newsletter wieder das eine oder andere, was Sie interessiert. Ich freue mich immer über Rückmeldungen Ihrerseits, auch mal kritische. Und würde mich wie immer freuen, wenn wir ein bisschen darüber in Kontakt kommen können. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und bis dahin. Ihr Christian Müller-Herger Ich wünsche Ihnen alles Gute.